Versteckt im Herzen des nördlichen Wartlandes erwartet Sie in Chavournay ein unscheinbarer Ort, der das Herz jeder Stickerin, jedes Stickers, höher schlagen lässt. Ein Farbenmäher aus Stickkernen erwartet die Besucher. Eine einzigartige Auswahl an Stoffen, zu bestickende Artikel und Accessoires ermöglicht jeder Stickerin, jedem Sticker, sein Lieblingsprojekt zu verwirklichen. Brauchen Sie Hilfe oder möchten Sie eine neue Technik erlernen? Filabro bietet Ihnen dazu Raum und Zeit. Wir freuen uns auf einen Besuch hier im Geschäft oder im Internet.